Den Segen Christus segne dieses Haus sprachen am Montag die Sternsinger in Elzfleet aus. Kaspar, Melchior und Balthasar wurden gestern auch von Elzfleets Bürgermeisterin Traute von der Kammer sowie von Mitgliedern der Stadtverwaltung im Heilsaal empfangen. In diesem Jahr sammelten die Sternsinger beim Dreikönigssingen hauptsächlich für Kinder auf den Philippinen, damit diese besser ernährt werden können. Mit Spenden der Sternsinger wird Kindern in rund 1800 Projekten weltweit geholfen. Diese Aktion startete bundesweit erstmals im Jahr 1959.